Ja, brauchen wir so lange zu stimmen. Das steht bei uns im Vertrag. Also, man muss mindestens einmal ein Instrument live öffentlich auf der Bühne stimmen. Weißt du, das kommt anscheinend mein Publikum so gut an. Jetzt spielen wir. Back to the 80s, ein Song aus den 80ern. Tonart stimmt? Okay. Da brauchen wir euch jetzt. Auf geht's. Mal gucken, ob das klappt. Okay. Bis jetzt ist es einfach. Okay, die Hände. Hey! 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 So ganz oben. Just a steel-town girl on a Saturday night looking for the fight of her life. In the real-time world no one sees her radar. They all say she's crazy. Locking rhythms to the beat of her heart. Changing movement into the light. She's dancing to the danger song. When the dancer becomes the dance. It can cut you like a knife. If the gift becomes the fire. On a wild beach we will and what we'll be. She's a maniac, maniac on the floor. Hey! Hey! And she's dancing like she's never danced before. All right! Hey! Hey! She's a maniac, maniac on the floor. Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020